Also diese drei Tipps können dich im Alltag enorm stärken. Im Alltag haben wir oft die Situation, wir haben oft eine Lebenssituation, die uns nicht gefällt, gegen die wir oft kämpfen, wir wollen es ändern, es gelingt oft nicht, wir wollen eine bessere Situation, wir wollen schneller und besser und leichter von A nach B, dennoch, wir haben eine Lebenssituation, die jetzt so ist. Erster von drei Punkten, unsere Lebenssituation, die wir jetzt haben. Wir haben genau in diesem ersten Punkt schon drei Möglichkeiten. Unsere Situation, so wie sie jetzt ist, können wir entweder annehmen, akzeptieren und zwar zu 100% akzeptieren. Zweite Möglichkeit, wir können es verändern und wenn das auch nicht möglich ist, dann die Situation, wenn möglich, verlassen. Wähle eines von diesen drei Möglichkeiten. Und wenn du annehmen nimmst und sagst, ja, ich habe aber jetzt keine Idee, wie ich es lösen kann, bleib dran. Es gibt immer eine Lösung, immer eine Möglichkeit. Annehmen, verändern oder verlassen. Zweiter Punkt, zweiter wichtiger Punkt. Folge in allem, was du machst, so gut als möglich deiner Freude. Folge deiner Freude. Schau, wo kommt bei dir Energie, wo öffnet sich etwas, wo zieht es dich hin. Mach mehr davon und mach weniger von dem, wo Energie abfließt, wo du keine Freude hast. Das geht nicht immer zu 100%, aber so gut als möglich. Und der dritte Punkt beinhaltet zwei Punkte. Beginnt mit einer Frage. Liebst du dich so, wie du bist, guter Test, wenn du vor dem Spiegel stehst, das, was du siehst, kannst du es lieben, kannst du es annehmen, kannst du es schätzen. Wenn es dir nicht gelingt, versuch, die Wertung rauszunehmen und zu sagen, hey, das ist mein Körper, ich liebe dich, so wie du bist. Und der zweite Punkt, wenn du in die Dankbarkeit gehen kannst, dann zündest du den Turbo. Und der zweite Punkt, wenn du in die Dankbarkeit gehen kannst, dann zündest du den Turbo.